Starship Start 11 in der Nacht auf Dienstag, SpaceX will Oberstufe härten mit gezieltem Verzicht auf Hitzeschild, Perseverance knipst interstellaren Besucher, Französischer Feuerball und die ESA Astroidenwarnung, Maya Space sitzt auf 180 Millionen Euro Frankreichs Raketenhoffnung in Startposition und die ESA schaltet neue Deep Space Antenne scharf. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrecht Startet, dein Space Update auf Deutsch. Die Vorbereitungen für den 11. vollintegrierten Starship-Testflug, die treten in ihre heiße Phase ein. Am 9. Oktober, da erreichte Booster 15 den Startplatz von Pad 1. Nur Stunden später wurde der Starship Super Heavy Booster dann mithilfe der Chopsticks, genau des Megazilla Start- und Phantoms, auf den Launch Mount installiert, also den Starttisch. Wenn ich das hier aufnehme, befindet sich Booster 15 noch immer auf dem Starttisch. Vermutlich verlässt die ihn das nächste Mal dann unter eigenem Antrieb, dann mit seinen 33 Raptor-Triebwerken. Laut SpaceX sind 24 der 33 Triebwerke von Booster 15 sei Flug erprobt. Auf welchen Flügen genau diese 24 Triebwerke eingesetzt wurden, das kann ich euch leider nicht sagen. Die Nomenklatur Booster 15-2, die verrät es ja eigentlich schon. Es wird der zweite Flug von Booster 15. Der Booster war bereits am 6. März die ausführende erste Stufe von Flug IFT-8. Nach der Stufentrennung kehrte der Booster zum Startplatz zurück und landete kontrolliert auf den Chopsticks des Start- und Phantoms von Pad 1. Es wird das zweite Mal sein, dass ein bereits geflogener Booster erneut fliegt. Der erste Starship Super Heavy Booster, dem das gelang oder der zum ersten Mal ein zweites Mal geflogen ist, das war Booster 14, das war bei Flug 9 am 29. Mai. Das Booster 15 nach dem startischen Feuertest jetzt erneut. Auf dem Starttisch steht klar das Indiz. Der Start, der steht unmittelbar bevor. Aktuell peilt SpaceX immer noch Montag, den 13. Oktober an. Das ist Ortszeit. Hier ist dann schon in Mitteleuropa Dienstag, der 14. Oktober. Nach mitteleuropäischer Sommerzeit öffnet sich das Startfenster am frühen Dienstagmorgen um 1.15 Uhr. Das Startfenster ist dann eine Stunde offen, also bis 2.15 Uhr in dieser Zeit ist also ein Start möglich. Ausweichmöglichkeiten bestehen dann an den folgenden Tagen jeweils zur gleichen Zeit. Ich werde das Ganze natürlich mit euch live verfolgen. Wird so oder so eine lange Nacht. Mein Livestream startet dann am Montagabend um 22.30 Uhr oder dann an den folgenden Tagen zur gleichen Zeit. Der offizielle SpaceX-Livestream, der geht etwa 30 Minuten vor dem Start live. Nochmal einen Schritt zurück. Wenn der Launch Director das Go für das Betanken gibt, das ist für uns so das erste klare Indiz, dass es wirklich auf den Start zugeht. Das ist 1.15 Uhr vor einem geplanten Start. Klares Indiz, dass SpaceX wirklich einen Start anstrebt. Dann die ersten Eismarken an der Oberstufe. Etwa 53 Minuten vor einem möglichen Start beginnt SpaceX mit der Betankung der Starship-Oberstufe. Kurz darauf, 41 Minuten vor dem möglichen Start beginnt die Betankung des Boosters. Sobald dann der Webcast losgeht, ich hatte ja gesagt 30 Minuten vor dem Start, dann gibt es dann auch einen offiziellen Counter und dann wissen wir wirklich, wo wir stehen. Der Flug selbst dauert dann etwas über eine Stunde, also von Abheben bis zur Landung der Oberstufe. Für eure Planung, wenn der Start also direkt zu Beginn des Fensters stattfindet, dann ist es etwa 2.30 Uhr, also bis der Flug vorbei ist. Wenn es eher gegen Ende passiert, dann spätestens 3.30 Uhr. Im besten Fall können wir dann kurz vorher die Landung der Oberstufe bewundern. Die Flugbahn der Oberstufe, die wird ja vor allem in der finalen Abstiegsphase interessant. SpaceX hat nämlich angekündigt, dass künftig die Oberstufen zur Starbase eine Kurve fliegen werden. Genau das soll auf diesem Flug getestet werden. Die Landung, die soll dann aber erneut mit einer Wasserung im Indischen Ozean passieren. Die Testziele für diese Oberstufe sind sonst überwiegend bekannt aus den letzten vier Flügen der Starship-2-Oberstufen. Neben dem erneuten Zünden eines Raptors im Orbit will man erneut acht Starling-Dummys aussetzen. Erneut wurden an mehreren Stellen gezielt Hitzeschutzkacheln entfernt. Sogar auf das Sekundärmaterial soll an einigen Stellen verzichtet werden. Es wird spannend zu sehen sein, wie sich diese ungeschützten Bereiche beim Wiedereintritt verhalten. Oktober, die Luft wird kühler, das Laub fällt und der Boden ist oft feucht und rutschig. Die perfekte Zeit für lange Spaziergänge, Herbstmärkte und gemütliche Abende draußen. Für genau diese Übergangszeit, da brauche ich Schuhe, auf die ich mich verlassen kann, wie mein Merino Leather Boot von Gießwein. Hergestellt aus hochwertigem Nubuk-Leder mit einer rutschfesten Gummisohle und dem herrlich warmen, atmungsaktiven Merino Innenfutter, ist dieser Schuh mein täglicher Begleiter. Egal ob bei Regen, Wind oder einfach nur bei herbstlichem Schmullwetter. Die 360-Grad-Fütterung aus Mulesing-freier Merino-Wolle, die sorgt dafür, dass meine Füße angenehm warm bleiben, ohne zu überhitzen. Perfekt für die wechselnden Temperaturen im Oktober. Auf dem Merino Leather Boot, aber auch alle anderen Gießwein-Produkte bekommst du mit meinem Code 20% Rabatt. Ein Detail, das ich besonders mag, der gepolsterte Schuhkragen. Da kriecht dann auch keine Kaltluft das Hosenbein hoch. Und ich konnte mich erst nicht entscheiden, welche Farbe ich nehmen soll. Zum Glück ist das bei Gießwein ja kein Problem. Einfach verschiedene Modelle und Größen bequem zu Hause ausprobieren. Der kostenlose Rückversand macht's möglich. Fun Fact, im Endeffekt wurden's bei mir dann zwei Paar Merino Leather Boots. Einmal in schwarz und einmal in braun. Welche gefallen dir besser? Schön, robust und dank Merino Wolle kuschelig mit meinem Code bekommst du 20% Rabatt auf den Merino Leather Boot und das gesamte Sortiment von Gießwein. Findest du auch in der Videobeschreibung. Booster 15 wird definitiv nicht erneut fliegen. Nach der Stufentrennung geht's für ihn auf einen Punkt im Golf von Mexiko zu. Da eine Neuerung beim finalen Landing Burn. Da wird diesmal nicht mit drei Triebwerken gelandet, sondern mit fünf oder zumindest zu Anfang. Ich hatte ja letzte Woche schon die Vermutung geäußert, dass SpaceX mehr Triebwerke für die Landung nicht nur aus Redundanzgründen einsetzen könnte, sondern auch um die Performance zu steigern. Die Kollegen von NSF, die haben das diese Woche im Prinzip bestätigt. Sie haben einfach die Zeiten für die Landezündung verglichen oder das, was angekündigt ist. Und tatsächlich, es werden vier Sekunden weniger sein als bei Flug 10. Zumindest ist das aktuell die Absicht von SpaceX. Ja, hätte ich ja auch mal auf die Idee kommen können, einfach die Zeiten zu vergleichen. Apropos NSF, einen wie gewohnt hervorragenden Einblick in die aktuelle Hardware oder den aktuellen Hardwarestand gab es diese Woche im Starbase Update. Besonders interessant natürlich das erste Ship der dritten Generation, das vermutlich dann als nächstes fliegen wird, Ship 39. Hoffentlich erleben wir hier nicht wieder erneut erstmal einen Rückschritt wie beim Wechsel auf die Generation 2 Oberstufen, denn wie ihr hier seht, ist ja auch die Folge-Hardware schon weit fortgeschritten. Sichtbare Fortschritte wird es dann zeitnah auch bei der Erweiterung der Produktionsanlage geben, denn SpaceX hat mit dem Gießen der Fundamente für die neue Gigabay begonnen. Doppelschlag bei Blue Origin. Am 8. Oktober hob nicht nur die Suborbital-Rakete New Shepard ab. Gleichzeitig wurde in Florida der nächste New Glenn-Booster Richtung Startplatz, und zwar LC 36, transportiert. Als nächstes werden Betankungstests der gesamten Rakete erwartet. Gründer Abschluss dann, der Test wird dann ein Feuer der sieben BIV-Triebwerke der Erststufe sein. Noch nicht offiziell bestätigt soll der Start frühestens am 9. November stattfinden. Dieser zweite Start der New Glenn-Rakete, der soll dann mit Escapade zwei NASA-Satelliten zum Mars bringen. Sollte der Booster Never Tell Me The Odds tatsächlich heil geborgen werden, hat Blue angekündigt, den Booster dann für den darauffolgenden Flug Nummer drei mit dem Blue Moon Mark I Länder fit zu machen. Blue Origin erhält übrigens einen Vertrag der US Space Force über 78 Millionen Dollar, und zwar zum Ausbau seiner Satellitenvorbereitungsanlage in Cape Canaveral. Der Vertrag, der ist Teil eines Programms zur Innovationsförderung durch öffentliche Ausschreibung und soll die kritische Bodeninfrastruktur an Amerikas wichtigstem Startplatz, also Cape Canaveral, modernisieren. Während Startrampen und Startfreigaben mit dem aktuellen Launchboom Schritt halten, stoßen besonders die Reihenräume, in denen Satelliten betankt, getestet und integriert werden, an ihre Kapazitätsgrenzen. Blue Origin wird am Launchkomplex 36 in Cape Canaveral eine neue Anlage errichten, die auch anderen Anbietern zur Verfügung stehen soll. Ziel ist es, die Startfrequenz zu erhöhen, flexibler zu agieren und nationale wie kommerzielle Raumfahrtprogramme effizienter zu unterstützen. Nicht nur die New Glenn Erststufe wurde am 8. Oktober zum Startplatz gebracht. Ich hatte es schon gesagt, Blue Origin hat am 8. Oktober außerdem seine 15. New Shepard Mission mit Crew erfolgreich abgeschlossen. Neben fünf vorher bekannten Passagieren, darunter Unternehmer, Ingenieure und Investoren, war zunächst ein sechster Teilnehmer anonym geblieben. Erst nach der sicheren Rückkehr in die Texanische Wiese lüftete man das Geheimnis. Es handelte sich um Will Lewis, CEO des Biotech-Unternehmens InSmed. Der Start mit dem Namen oder dem Blue Origin-Zählung NS36 dauerte insgesamt 10 Minuten und ein bisschen über 20 Sekunden. Rakete und Kapsel, die überquerten klar die Karmann-Linie und damit die Grenze zum Weltraum. Außerdem, ja, die Crew selbst einige Minuten in Schwerelosigkeit. Bemerkenswert für Clint Kelly war es bereits der zweite Trip ins All mit Blue Origin. Noch nicht offiziell ist er der Starttermin von Michi Benthaus und Hans Königsmann. Spoiler, lang hin ist es nicht mehr. Guter Zeitpunkt, um sich mein Interview mit den beiden nochmal anzusehen, verlinke ich euch unter dem Video. Vom suborbitalen New Shepard Start kommen wir zu den Starts der vergangenen Woche. Am Dienstag, 7. Oktober, da startete von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida eine Falcon 9 mit Starlings. Tag drauf, Mittwoch, 8. Oktober, folgt nur eine weitere Starlink-Ladung, diesmal von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien. Und dann ebenfalls am 8. Oktober, wie gesagt, in West Texas eine New Shepard, die Mission NS36 von Blue Origin. Am Samstag, 11. Oktober, sollte aus China eine Feststoff-Rakete von einem Schiff ausstarten. Die nutzt das, ist mir nicht bekannt. Die Rakete wäre eine Gravity One. Und der Wochenabschluss, wenn das Video am Sonntag erscheint, also am 12. Oktober, wahrscheinlich ein Falcon 9 Start von Cape Canaveral mit 24 Internet-Satelliten für Amazon Kuiper. Amazon Kuiper ist ja nach dem gleichnamigen Asteroidengürtel benannt, wobei der wiederum ja nach dem ursprünglichen niederländischen Astronom Gerrit Biette-Göper benannt ist. Der hatte die Existenz des Asteroidengürtels noch vor dessen Entdeckung treffend vorausgesagt. Das bringt uns zu dicken Brocken im All. Der NASA Mars Rover Perseverance hat am 4. Oktober eine Lichtspur am Himmel eingefangen. Es soll sich dabei um den interstellaren Kometen 3i Atlas handeln. Der ist aktuell von der Erde aus nicht beobachtbar, weil die Sonne im Weg ist. Aber von unserem roten Nachbarn trennen 3i Atlas gerade nur 30 Millionen Kilometer. Während Social Media über eine angeblich Zylinderform spekulierte, verweisen Experten auf die lange Belichtungszeit. Deshalb dieser Strich. Noch fehlt die offizielle Bestätigung von NASA und JPL. Hatte schon letzte Woche darüber berichtet. Aktuell 80% der NASA-Mitarbeiter im Zwangsurlaub. Auch die ESA nutzt übrigens mit Mars Express ihre Augen am Mars. Zur Beobachtung von 3i Atlas kommt ja nicht oft vor, dass man einen Besucher aus den Tiefen der Galaxie beobachten kann. Aktuell nimmt man an, dass 3i Atlas deutlich älter ist als die Erde. Und die Erde wiederum, die steht ja seit ihrer Entstehung unter einem kontinuierlichen Bombardement durch Brocken aus dem All. Für gewöhnlich bekommen wir erst relativ spät mit, wenn ein neuer Einschlag bevorsteht. Als am 13. Februar 2023 über der Normandie ein etwa 72 Zentimeter großer Brocken in die Erdatmosphäre eindrang, war gerade mal sieben Stunden zuvor entdeckt worden. Ein in Nature Astronomy veröffentlichter Artikel, der beschreibt nun, dass sich der 650 Kilogramm schwere Brocken ungewöhnlich gefährlich verhielt. Anders als vergleichbare Objekte explodierte er nämlich in nur 28 Kilometern Höhe. Das erzeugte eine kugelförmige Schockwelle, die mehr Energie auf den Boden übertrag als erwartet. Für die ESA ist klar, solche Objekte, die müssen in künftige planetare Verteidigungsstrategien dringend einbezogen werden. Die kommenden Fly-Eye-Asteroiden-Beobachtungsteleskope der ESA, die sollen jede Nacht den Himmel absuchen, um herannahende Brocken früher und häufiger zu entdecken. Das erste Fly-Eye-Teleskop, das soll voraussichtlich nächstes Jahr in Betrieb genommen werden. Medial oft ein bisschen vernachlässigt bei der Deep Space Exploration die Kommunikation mit Sonden und zukünftig dann ja auch mit Raumschiff mit Crew. Bei der NASA ist es das Deep Space Network, das es macht. Bei der ESA heißt es Pendant Astrac. Die ESA hat jetzt im australischen New Norcia ihre modernste Tiefraumantenne eingeweiht. Die 35 Meter Schüssel New Norcia 3 ergänzt das Astrac-Netzwerk und wird künftig Missionen wie Juice, BepiColombo oder Euclid unterstützen. Mit kriogekühlten Empfängern zählt sie zu den leistungsstärksten Antennen weltweit und soll ab März 2026 regulär arbeiten. Möglich wurde das Projekt durch die enge Zusammenarbeit der ESA mit Australien. Parallel will die australische Regierung ein Kooperationsabkommen mit der ESA anstoßenden Schritt, der lokale Unternehmen Zugang zu ESA-Programmen verschaffen könnte. Apropos Australien. Anfang August hatte ich bereits über den Fehlstart der australischen Erosrakete berichtet. Jetzt gibt es ein Update. Der erste Startversuch, der hat am 30. Juli nach nur 14 Sekunden mit einem Rücksturz zur Erde geendet. Beim International Astronautical Congress in Sydney, da erklärte CEO Adam Gilmore nun, dass man aus dem kurzzeitigen Flug trotzdem wertvolle Erkenntnisse gewonnen habe. Eine Fehlfunktion eines der vier Hybridtriebwerke, die werden mit Wasserstoffperoxid und Festsprennstoff betrieben, hatte zu dem vorzeitigen Absturz geführt. Trotz der exothermen Demontage spricht Gilmore von einem Datenschatz, der den Weg für weitere Starts ebnet. Noch läuft die Ursachenanalyse. Besonderes Augenmerk liegt da aktuell auf ungewöhnlich langen Lagerzeiten am PET. Die Rakete war über 18 Monate am küstennahen Bowen Spaceport stationiert. Die korrosive Meeresluft, die könnte Bauteile in Mitleidenschaft gezogen haben. Der nächste Startversuch, der ist für 2026 geplant. Von Australien nach Neuseeland, von Europa aus gesehen, scheint das ja bloß ein Katzensprung. Ich berichte immer wieder gern über Rocket Lab. Meiner Meinung nach der beste Beweis, dass sich der Erfolg von Spaces ja ein Stück weit irgendwie wiederholen lässt. Rocket Lab bringt jetzt ein exklusives Hardcover-Buch mit über 300 Seiten auf den Markt, das die bemerkenswerte Entwicklung des Unternehmens dokumentiert. Von den ersten Ideen Peter Becks über die Elektronrakete bis zur Expansion ins Satellitengeschäft. Unter dem Titel The Launch of Rocket Lab wird das Buch nicht nur die technischen Meilensteine beleuchten, sondern auch die wirtschaftlichen und strategischen Herausforderungen, die das Unternehmen auf dem Weg zum börsennotierten Raumfahrtakteur gemeistert hat. Im Fokus steht unter anderem die Kooperation mit DARPA, der US Space Force und der NASA, aber auch mutige Schritte wie die erste Mission zum Mond. Das Buch richtet sich an alle Raumfahrtfans und alle, die hinter die Kulissen eines New Space-Unternehmens blicken möchten. Vorbestellungen sind bereits über die offizielle Rocket Lab-Webseite möglich. Das Erscheinungsdatum ist der 4. November. Aber Achtung, Versandkosten im Auge behalten. Während in den USA, Neuseeland und China der New Space-Durchbruch mit neuen Starkkapazitäten längst gelungen ist, tut sich der alte Kontinent noch schwer. Aber auch Europa wird zeitnah über neue Raketen verfügen. Während Frankreich jahrelang für die Stärkung existierender Strukturen plädierte, kam 2021 mit Maya Space als Ausgründung aus der Ariane Group auch aus Frankreich ein Launcher-Startup. Andrew Parsonsen von European Space Flight hat sich den Maya-Finanzbericht von 2024 genauer angesehen und berichtet, dass Maya das Jahr 2024 mit knapp 180 Millionen Euro Cash beendet hat. Vermutlich genug Geld, um PET und Rakete bis zum Air-Start zu bringen. Andrew mutmaßt, dass der Großteil aus dem französischen France 2030-Programm stammt, das mit 500 Millionen Euro zehn New Space-Projekte in Frankreich unterstützt. Während in Frankreich ja schon immer direkter subventioniert wurde, blieb es in Deutschland lange beim Rufen aus dem Kreis der Launcher-Startups nach Startaufträgen und die Rede war von Unterstützung durch den Start als Ankerkunden. Das könnte sich ändern. Während eines ISA Aerospace-Besuchs von Markus Söder am Freitag, sagte ISA-CEO Daniel Metzler, die von der Bundesregierung angekündigte Investition von 35 Milliarden Euro für die Verteidigungsfähigkeit im Weltraum bietet die historische Chance, industrielle Kapazitäten in der Raumfahrt jetzt zu skalieren. Ein wesentlicher Teil dieser Mittel muss seiner Ansicht nach in den Aufbau von Startkapazitäten fließen, da sich nur so Satellitenkonstellationen überhaupt aufbauen lassen. Apropos Ankerkunden. Ein typisches Senkrechtstarter-Newsvideo, das spielt auf YouTube 250 Euro ein. Brutto. Das reicht natürlich vorne und hinten nicht, um den Kanal zu betreiben. Dass es Senkrechtstarter trotzdem noch gibt, das verdanken wir alle den Senkrechtstarter-Schutzengeln. Also allen Menschen, die den Kanal regelmäßig monitor-unterstützen. Vielen, vielen Dank für euren Rückhalt. Ja, wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, die Raumfahrtbegeisterung im deutschen Sprachraum weiterzutragen, unter dem Video genau ist ein Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Als kleines Dankeschön bekommst du ja dann alle Videos farb- und komplett werbefrei. Lass uns auch schnell auf die Starts der kommenden Woche schauen. Am Dienstag, 14. Oktober, für uns in den ganz frühen Morgenstunden, plant SpaceX also den 11. vollintegrierten Testflug von Super Heavy Starship. Es wird der letzte mit der V2-Hardware sein. Sowohl Booster als auch Oberstufe sollen nach dem Flug im Ozeanwasser an. Ein Fangversuch ist nicht vorgesehen. Ebenfalls am Dienstag, 14. Oktober, da startet eine weitere Falcon 9 mit Starlings. Und der dritte Start am Dienstag von Rocket App dann, da soll eine Elektron-Rakete von der Mahia-Halbinsel in Neuseeland starten. An Bord der Artbeobachtungs-Satellit All New World für Synspective. Am Mittwoch, 15. Oktober, da befördert eine Falcon 9 von Vandenberg einen militärischen Kommunikations-Satelliten der US Space Force in den Polaren Orbit. Am Donnerstag, 16. Oktober, soll eine lange Marsch 8a vom südchinesischen Startplatte in Chang starten. Freitag, 17. Oktober, da hebt wahrscheinlich eine Falcon 9 mit Starlings von Cape Canaveral ab. Und der Wochenabschluss voraussichtlich am Samstag, 18. Oktober, eine weitere Falcon 9 mit Starlings, diesmal von Vandenberg aus. Und noch ein Shoutout an das Familienunternehmen Gießwein aus Österreich. Mit meinem Code gibt es 20% auf das gesamte Sortiment. Findest du auch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ihr auch den Like nicht vergessen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön sehr kirchbleiben. Dein Mau.